Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So einen Geizkragen hab ich ja noch nie erlebt Wir bekommen hohen Besuch Die CIA Die echte CIA? Es geht also um Limonade? Ja, unsere ersten Akten reichen zurück bis in die 70er und den Kalten Krieg Holen Sie mir noch eine Flasche davon Das ist die einzige, die wir haben Ist mir vollkommen egal, holen Sie mir noch eine Flasche Whisky Soda ist wirklich mehr, mein Ding Hast du vielleicht das Rezept von der Volksbrause? In Berlin Wir müssen uns diesen Alan Carlson vorknöpfen Der hat sich letztes Jahr in Luft aufgelöst Willst du wieder was streng? Ich hätte nichts dagegen Ja, hier ist Schwester Alice von Heimgorten Hier passieren merkwürdige Dinge Oh la la Heiliger Strohsack Endlich rührt sich mal was Alan? Ich finde, wir lassen das mal mit dem Bezahlen Das dauert immer verdammt lange, bis die Rechnung fertig ist Ah, verstehe Ja, ich bin ganz sicher Ich bin ganz sicher... Geist